Die Kopfnummer 32 hier nun bei uns in der Bahn. Valvito F. wird uns vorgestellt von Jolina. Dabei steht das F. hier für den bezeichnenden Züchter Friedhelm Frenzen aus Euskirchen. Vierjährig ist er, dieser Wallach, abstammt von dem beliebten Vererber Vitalis. Vitalis hier angepaart an die Staatsprämienstute First Value von Fürst Piccolo, Weltmeier und Galvano. Diese Staatsprämienstute absolvierte ihre Studienleistungsprüfung einst mit einer Endnote von 8,29. Er hielt hier für Rittigkeit und Leistungsbereitschaft die 9,0. In Kombination mit Sandro Hitt brachte sie San Piccolo, der 2020 Finalist im Bundeschampionat der vierjährigen Reitpferde, unter dem Sattel von Thomas Riewe war. Bei Valvito F. hier in aller Ruhe in seinem Züchterhaus angeritten, zeigt sich nun hier auf unserem westfälischen Auktionsplatz im Trainingsvideo unter dem Sattel von Jolina. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020